Musik Hallo und Grüßchen, Michaela Schrempf von Remax Büro Schlattning. Heute befinden wir uns in der wunderschönen Gemeinde Ramsau am Dachstein und in der Freiheit ein ganz nettes, entzückendes Einfamilienhaus vorstellen. Musik Das Haus wurde Anfang der 60er Jahre erbaut, hat ca. 80 Quadratmeter Wohnfläche, ist voll unterkellert und das möchte ich auch jetzt gerne sagen. Musik 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Verkauf erfolgt über unser digitales Angebotsverfahren, kurz genannt DAVE. Für weitere Informationen, werft es mir an oder schreibt es mir eine E-Mail und mit diesem wunderschönen Ausblick verabschiede ich mich für euch, eure Michaela. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020